Neue Episode. Herzlich willkommen zum Pfälzer Stammtisch. Wo ist dein Schild? Wo ist dein Schild? Wenn du es noch suchst, gehe ich mal direkt rein. Und zwar, wir haben jetzt gerade eben musikalisch hier das ganze ein bisschen eingestimmt. Wieso, weshalb, warum? Es ist Wurstmarktzeit. Viele gut gestimmte Leute, viele Leute, die einen über den Durst trinken, viele Leute, die das ganze Jahr quasi auch dafür sparen, anstatt in den Urlaub zu gehen und ihr Geld dort auszugeben. Natürlich ist alles so, wie jeder will, so wie jeder kann und so wie jeder möchte. Aber wie dem auch sei, Anfang der Woche waren wir dort und haben uns, also ich habe für mich intern abgeschlossen, für mich seelisch und moralisch habe ich mit dem Ganzen abgeschlossen, aber vielleicht hat die Jenny eine ganz andere Perspektive als ich zu dem ganzen Thema Wurstmarkt, zu dem Thema Leute mit Kontrollverlust, zum Thema, ja, mach mal, mach mal du deine Two Cents, bitte. Also ich mag den Wurstmarkt, ich mag generell solche, ja. Du magst, Mama, du magst diese Grappschautomaten. Ja, ich mag das, ich mag solche Volksfeste, egal welche es sind, weil ich als Kind habe ich es schon geliebt, diese Lichter, diese Farben, der Geruch von Popcorn, Zuckerwatte, Mohrenköpfen, Bratwurst, ja, dieser Flair mag ich einfach. Ich mag die Grappschautomaten, ja, also ich liebe Volksfeste. Also ich mag auch das deutsch-amerikanische Fest in Mannheim zum Beispiel. Ich mag jetzt auch den Geruch einer Rindsbratwurst, wenn die frisch gegrillt wird und dann dieser Geruch sich entfaltet und dann du noch so ein Brötchen kaufst mit einem Schuss Senf und dann noch diese krustige Kruste sich in deinem Futterspalt verlustiert, ist ja das eine. Ich mag auch Schokofrüchte kaufen, Schokobanäne, Schokoerdbeeren, Schokotrauben. Ich mag gerne ein Crepe, aber ganz ehrlich, die Preise, die waren brutal, Bratwurst. Also Leute, ich muss euch sagen, dieses Jahr habe ich das erste Mal gestreikt, also ich liebe wirklich schokierte Früchte und normalerweise auf jedem Volksfest, wo ich bin, es also ich definitiv oder kaufe es mir zum Mitnehmen, eine Schokobanäne. Das war sicher wie das Arme in der Kirche. Und Schokobanäne ist eigentlich auch die günstigste Frucht, die man schokiert kaufen kann und die hat eigentlich immer 3,50 Euro gekostet, wenn man mal Glück hatte, auch 3 Euro. Mittlerweile kostet die 5,50 Euro für eine Banane mit Koffertüre und da habe ich mir gesagt, jetzt ist Schluss und habe mir keine gekauft und mache mir dann lieber selbst meine Schokobanäne. Habe ich deswegen heute die Schokobanäne gekauft? Ich meine, habe ich deswegen heute die Bananen dann gekauft? Eigentlich nicht, aber eine davon zwacke ich mir dafür ab. Und auch nochmal, ich will jetzt nicht jede Station durchgehen, aber auf jeden Fall, als wir das fest verlassen haben, am Anfang, je nachdem wie man es sieht, ob man reinkommt oder raus geht, gibt es schon einen Süßigkeitenstand mit Zuckerwatte, mit so gebrannten Mandeln ein Dickmanns, nicht ein Dickmanns, ein Schokokuss, darf man auch nicht mal, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine, diese Schaumküsse, die ist so ein Schaumkuss, ein Euro Bratte. Krass. Und kleiner wie normal. Geschrumpft, geschrumpft, was ist los? Also wirklich mini, also mini nett, das war jetzt wie so ein Mini-Dickmann, aber kleiner als normaler Morgenkopf für ein Euro, ich habe gedacht, ich kriege einen Schlag weg. Also mein Fettsack-Sensor sagt, der ist um die Hälfte kleiner. Ja, also ich habe es zu spät gesehen, sonst hätte ich es halt gekauft. Ja, aber wie bauen wir das Ganze jetzt auf? Es ist ein riesengroßer Festplatz. Ja, also pro und contra, keine Ahnung. Also generell, wenn ihr noch nie auf den Wurstmarkt wart, geht hin, das ist das größte Pfälzer Weinfest. Generell glaube ich, das größte Weinfest der Welt, würde ich fast behaupten, in Bad Dürkheim steht das größte Weinfass der Welt. Guckt euch auf jeden Fall das Fass an, guckt euch das an. Generell, es gibt traditionell dort die Schubkerchter, die gibt es schon immer. Da sind Winzer aus der Region Bad Dürkheim und Umkreis. Die haben dort quasi eine Theke gemietet, nenne ich es mal. Also meistens ist es so ein längisches Zelt. Es gibt dann rechts eine Theke, links eine Theke und es ist meistens auf jeder Seite ein anderer Winzer. Ich glaube, es sind acht oder zehn große Zelte, also 20 verschiedene Winzer dann, wenn es zehn wären. Und dort bekommt ihr auf jeden Fall den besten Wein der Region, den es an der Deutschen Weinstraße gibt. Also für mich ist der beste Wein hier aus Asselheim. Deswegen kann ich nicht sagen, es ist der beste Wein. Aber ihr bekommt da auf jeden Fall sehr, sehr guten Wein. Also da kann man guten Gewürztraminer trinken, aber auch sowieso Weisherbst, Riesling, Rotwein, alles was das Weinherz begehrt. Ich glaube auch Sekt dürfte es dort geben und Sekko und diese ganzen Geschichten. Wir sind keine Weintrinker oder keine, ja, keine generell Alkoholtrinker, aber keine Weintrinker. Von daher wissen wir es nicht so genau, aber da in den Schubkerchern ist schon mal traditionell das eine, was ihr kriegt. Dann gibt es Zelte, das bekannteste Zelt ist das Hammelszelt, da geht die Party ab. In der Regel, da gibt es Bands, die dort spielen, da tanzen die Leute auf dem Tisch, da gibt es auch öfter mal eine Schlägerei, schon eh und je. Also am besten so Freitag, Samstag vielleicht schmeiden. Vor allem dann, also die Abendstunden in dem Zelt können ein bisschen brenzlisch werden. Also wenn man dann, also grundsätzlich der Wurstmarkt sind wir gleich aufgebaut. Auf der einen Seite, wenn ihr jetzt davor stehen würdet, rechts ist das Fass. Vor dem Fass steht seit neuestem immer so ein Tower, wo es ein Kettenkarussell gibt, das nach oben fährt und sich dreht. Früher stand dort der Freefall Tower. Dort ist auch immer der Pflanzenlosstand, falls jemand sowas mag. Also das hatte so voll den Hype, glaube ich, in den 80ern. Ende 80er erinnere ich mich, meine Mutter hat immer Pflanzenlose gekauft. Dann habt ihr komplett entgegensetzt, links immer das Riesenrad stehen, um sich mal so grob zu orientieren. Und wenn ihr davor steht, die hinterste Gasse ist die Fressgasse. Da sind nur Essensstände. Dieses Jahr fängt es an mit Flammlachs. Ich liebe Flammlachs, 12,50 Euro, ein Flammlachs im Brötchen. Wir haben keinen gegessen. Aber ganz ehrlich, so teuer war der auch noch nie? Nee, der war schon immer teuer, aber so teuer auch nicht. Dann findet ihr dort auf jeden Fall ganz viele Stände mit natürlich Pommes in verschiedensten Varianten. Da gibt es ja auch jetzt mindestens, glaube ich, zwei oder drei reine Pommesbuden auf dem Gelände. Also ihr müsst euch vorstellen, da ist die Fressgasse, dann kommen die Schubkärschler, was ich euch gerade erzählt habe. Und dann kommt noch eine Fressgasse, so eine halbe zumindest, an den Schubkärschern entlang. Da gab es jetzt dieses Jahr so einen Käsestand sogar. Da konnte man Schafskäse im Fladenbrot essen. Das wäre was für mich gewesen, aber auch das habe ich nicht gegessen. Langosch gab es da früher immer auf jeden Fall. Ja, Bratwürste, ganz klar. Ja, also Bratwurst, Rote, Feuerwurst, Steak, das kriegt ihr überall. Ihr findet auf jeden Fall auch einen Stand mit Reibekuchen, mit Apfelmus oder Tzatziki, wie man es lieber isst. Den gibt es auch immer. Was ich früher immer gerne gegessen habe, was ich aber sagen muss, es immer weniger gibt, ist diese Pilze in der Pfanne. Ah, die Kräuterpilze in der Knoblauchsoße. Ja, die habe ich früher immer gegessen, bis sie mir nicht mehr bekommen sind. Crêpes findet ihr natürlich auch an jeder Ecke. Dann gibt es zwei süßige, also zwei Cafés, nenne ich es mal. Das eine Café ist da, wo der Pflanzenlosstand ist beim Fass. Das steht auch schon eh und je da. Und das zweite Café, nenne ich es mal, ist quasi, wenn man vom Riesenrad aus an den Schubkärschlern vorbeiläuft, auf der linken Seite zwischen Grabschautomat und quasi Schubkärschlern, würde ich es jetzt so grob sagen. Auf jeden Fall, da findet ihr nämlich auch Germknödel, Windbeutel gefüllt mit Sahne und Kirsche, Crêpes, Waffeln, also so alles, was das süße Herz begehrt, inklusive Kaffee. Was gibt es noch so Besonderes? Es gibt seit neuestem auch immer diese frittierten Blumenkohl, frittiertes Gemüse, Stände. Es gibt noch den ganz bekannten Fischstand, wo man Fischbrötchen kaufen kann, also diese Fischburger und Backfisch. Dann Stupfnudeln. In Asia gibt es, glaube ich, auch, wo du so Asia... Pizza, mehrere Stände. Genau. Saumelge auch... Fragerschinken gibt es immer. Genau, Fragerschinken und eine Station mit Grillhaxen und Saumagen, der spezielle, glaube ich. Ja, dann gibt es auch... Also, für die es ein bisschen deftiger haben wollen. Pizza und Flammkuchen gibt es, dann gibt es immer einen Stand mit... Also, mit Soft Ice gibt es mehrere. Bühnen auch, ne? Dann gibt es so eine Slushy-Station auch. Und ganz, ganz viele Schnapsstände. Ja, die gibt es natürlich auch. Krabbel-die-Wandenhof. Oh ja, der Krabbel-die-Wandenhof ist der Schnaps in Bad Dürkheim, den dir jeder antritt, wenn du das erste Mal auf dem Wurstmarkt bist. Ich weiß noch, ihr habt mir auch Angst gemacht, wo ich das erste Mal mit euch... Das ist aber eklig. Ich weiß nicht, ob Mama Juana aus Dom-Rap schlimmer ist oder der Krabbel-die-Wandenhof. Mama Juana finde ich schlimmer. Mama Juana, das war dann... Irgendwann hat er es nur noch warm ausgeschenkt, ne? Ach, nee. Das war nicht. Aber vornehmlich wollen dann... Also, wir hatten es dann eigentlich so gedacht, dass wir dort essen gehen. Zum Mittagessen gehen mit dem Opa und mit der Tante. Haben aber vergessen, dass literarischer Frühschoppen war. Das heißt, morgens um sechs Uhr machen sich die Leute auf den Weg zum Wurstmarkt an diesem besagten Montag. Es werden Pfälzer Mundart Gedichte verlesen. Es wird öfters mal quasi hier sinnbildlich das Scholleglas oder ein Weinglas hochgehoben, angestoßen, angeprostet. Also die Leute geben relativ früh Gas, versuchen sich relativ früh abzuschießen. Es gibt eine Band, auch schon seit Jahren, ein Klassiker, die anonyme Gitaristen. Die spielen dann immer was zum Beste. Wasch du eh mo in de Kalmet? Oder in de Donahee? Auf de Donahee. Ja. Oder Nebelsteigesee. Ist auch egal, also... Palslied, muss man als Pelser kennen. Das Palslied ist ein Klassiker. Und die Leverbosch ist auch von denen. Genau, Stoßmoluf. Also, wie das heißt. Ah, apropos, da müssen wir uns nochmal unterhalten. Heute, oder morgen vielmehr, gerade eben, als ich vor deinem Opa war, haben wir SWR 3 geschaut. SWR. Und es kommt morgen ein neuer Asterix-Band raus. Der Palatinator, wo das ganze Buch, das Asterix-Buch auf Pelzisch geschrieben ist. Okay. Das gibt es in der Buchhandlung zu kaufen und das gibt es online auf Amazon, habe ich gesehen, oder bei Talia. Das war auf jeden Fall... Also, wer Pelzisch lernen will, kann sich den Asterix-Buch... Und was kostet Quante? Ich glaube, 15 Schleife. Das geht noch. Auf alle Fälle. Ne, komm, mach mal du weiter. Bevor ich mich da rein, Pelz wieder... Ja, also man trinkt bei uns in der Pfalz auch kein Wein aus dem Stielglas, man trinkt es aus dem Duppe-Glas, das ist ein 0,5er-Glas, so ein Schorle-Glas mit Löchern drin, nenne ich es mal, so Eindellungen drin, Duppe-Glas halt, und da trinkt man sein Schorle draus. Und das gibt es dann halt auch dort. Mittlerweile kostet der wie viel Euro? Also, alles, ich habe alles gesehen, zwischen 5, 6 und 7 Euro. Ich habe auch gesehen, halbe Liter Bier für 6,50. Was ich mega frech finde eigentlich, ja. Aber ganz ehrlich, die Leute haben es trotzdem gekauft. Ich fand es so krass. Ihr werdet ja, also, das kommt ja am Donnerstag raus, am Mittwoch kommt ein Sondervlog raus. Je nachdem, was wir hier noch rein blubbern, werdet ihr sehen. Aber, nur eine ganze kurze Anekdote. Die Tante hat Currywurst mit Pommes geholt, hat gesagt, ja, das war voll günstig, 6 Euro. Ich dachte so, ey, kannst du dir eigentlich nichts sagen? Man hat schon mehr bezahlt, ne? Und da ist die Jenny mit Currywurst und Pommes gekommen. Ich dachte so, oh, 6 Euro, küsse ich. Was für 6 Euro? Sagt er 9 Euro. Ich schwöre es euch, mir ist die Kinnlade runtergefallen. 9 Euro für, das waren 6 Brocken Wurst und eine Handvoll Pommes. Fand ich richtig krass, Alter. Ja, ist es so. Das sind eigentlich billige, also, das sind möglichst billige Produkte. Eine Wurst, das war keine Thüringer, das war keine Spezialität. Aber es gibt was Neues, eine Pinkel-Flat-Rate. Ja, da hatten sie sich überlegt, ey, komm, jeder hat ein Abo, ja, wollen wir jetzt auf dem Wurstmarkt noch ein Abo abschließen, wenn du Brunzen, also, wenn du Pipi, wenn du Wasser lassen willst, kannst du für einen Fünfer, das war hinten am Fass, ich weiß nicht, ob es auf jedem WC so war, aber hinten am Fass bei einem WC konntest du dir eine Brunz-Flat kaufen für einen Fünfer. All you can Brunz. Und wenn man die Freska sendlangläuft, weiter in die Stadt rein, also eigentlich außerhalb vom Wurstmarkt, habt ihr auch so Stände, wo ihr Lederwaren kaufen könnt, Gewürze, Messer, Uhren, ja, halt so, wie nennt man das so? Früher diese Marktschreier, die dann das ganze Gemüse zerhackt stückelt haben. Also, es lohnt sich schon, Parken muss man sagen, kostet sieben Euro an den Salinen, mittlerweile. Aber da musst du mich mal abholen. Hat das schon immer gekostet, auch seitdem wir zusammen sind. Ja, es hat schon immer gekostet, aber quasi sieben Euro. Also, ich könnte schwören, das hat mal, keine Ahnung, ein paar Mark, also nicht ein paar Mark, sondern wirklich nur ein paar Euro gekostet mittlerweile. Klar, du kannst den ganzen Tag dort stehen bleiben, wenn du es vorhast, sieben Euro, den ganzen Tag kann man auch wieder runterbrechen. Aber ich glaube, die wenigsten bleiben wirklich hier, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden. Die meisten gehen nach zwei Stunden schon wieder nach Hause, wenn sie ein bisschen was gefahren sind, ein bisschen was gegessen. Also, die Fahrgeschäfte kosten alle, also, fünf, kommt drauf an, zwischen fünf und sechs Euro im Durchschnitt. Allerdings, das Riesenrad kostet eine Fahrt sieben Euro und ich habe da ein Fahrgeschäft gesehen, das ist so ein langer Stab, der dreht sich um die eigene Achse und da hängt so ein Fahrding dran, das dreht sich dann auch nochmal so mit über den Kopf, das hat acht Euro gekostet, das fand ich schon heftig. Das ist krass, ne? ich meine mal, jetzt waren wir, eigentlich waren wir individuell da, du und ich, Großvater, kann für sich selber bezahlen, Tante kann für sich, also, aber jetzt geh mal mit deiner Family hin, ne? Mit deinen zwei, drei Kids oder auch nur ein Kid, ja? Vielleicht ist da noch ein Freund dabei, eine Freundin, ey, die lassen richtig Asche dort, ne? Ja, also, ich sage mal, ich lasse das meiste Geld bei diesen Angelautomaten, bei diesen Plüschtierangern. Ganz ehrlich, ich sage dazu nichts mehr, ne? Da gab es mal eine tolle Doku, wie das alles mal nicht probiert ist, aber du werfst trotzdem Geld rein. Aber ich, das Ding ist, ich habe das schon als Kind geliebt, also, ich muss sagen, ich glaube, diese Automaten kamen raus, da war ich vielleicht sieben, acht Jahre alt, ne? Also, vorher gab es die noch gar nicht, da gab es klassischen Schießstand, der Losstand, ähm, Enten, Teichangeln, ne? Oder, ähm, ich glaube, damals kam das auch raus mit diesen Münzen, wo man diese Münzen reinwirft und das so geschoben wird. Das war ja auch nicht schon immer. Aber diese Angelautomaten, wie gesagt, ich war zwischen sechs und acht. Und vor dem Zeitpunkt an, wo es die gab, war ich einfach totaler Fanatiker. Auf der Asselheimer Kerbe, wenn ich, gab es also, früher bei uns gab es Kerbegeld, ne? Also jeder, der gekommen ist, hat den Kindern Kerbegeld gegeben. Und ich habe fast mein ganzes Kerbegeld für diesen Angelautomat ausgegeben, die Jessie, für Süßigkeiten. Und, ähm, da stand halt so ein kleiner Automat mit so vier verschiedenen Dingern, wo Blühtiere drin waren und ich habe da den ganzen Tag gezockt. Und es war noch D-Mark, ne? Ganz früher. Heute kostet so ein Spiel ein Euro. Also zum Teil, ja, zum Teil war es auch schon teurer, für manche Tiere zwei Euro, aber das haben sie, glaube ich, weggemacht. Ich glaube, das hat sich dann immer rentiert. Aber man muss halt dazu sagen, früher war es so, wenn du geangelt hast und hast richtig gesteuert, hast du diese Plüschfigur auch bekommen. Ich weiß nicht, wie lang das her ist, aber vielleicht schon vor über zehn Jahren hat man das jetzt so gemacht. Ihr müsst euch das so vorstellen, diese Greifzange greift, einfach... Achtung, die Jenny erklärt uns, der Greifzange. Entweder greift die nicht richtig zu oder die lässt zu früh los. Also heute war es so, weil die Automaten waren so eingestellt, die haben zu früh losgelassen. Also man hat das Tier schon bekommen, aber es hat zu früh losgelassen. Und man muss sich das so vorstellen, dass die dann halt bei jedem 20 Euro, wo drin sind quasi, greift es dann einmal richtig und holt ihr das Tier raus. Und du musst halt Glück haben, dass du halt jetzt gerade der 20. bist. Zum Beispiel, ich habe heute eine Hello Kitty geangelt und habe nur zwei Euro bezahlt, dass du halt der 20. bist. Deswegen ist es halt eigentlich dumm, wie Domagoi sagt, sich da sein Geld reinzuwerfen. Aber ein bisschen ist ja alles ein Glücksspiel und ich hatte dann heute halt auch mal, oder ich habe öfter Glück, dass ich halt einfach an der Reihe bin, ein Tier zu bekommen. Ah ja, und deine Spieldinge da, wenn die schon weiter kommentieren, aber lustige Randnotiz, wenn ihr wirklich die Hardcore-Wurstmarktgänger erkennen wollt, die haben meistens so ein Oldschool-Winzerhemd an, so ein blaues, und die meisten sammeln, also auf jedem Wurstmarkt gibt es einen neuen Pin, den du dir ans Revers heften kannst. Also hier wie so ein Mario-Pin. Die gibt es auch zu kaufen und da gab es, glaube ich, ein paar Männer, die ich mal gesehen habe, die hatten so Kutten an, wo, keine Ahnung, seit wie vielen Jahren, Jahrzehnten, die auf den Wurstmarkt gingen, die waren voll gekreistert mit irgendwelchen Pins. Aber so erkennt ihr die. Also ein blaues Hemd mit so weißen, ich sag mal so Nadelstreifen schon mäßig. Ja, Winzerhemd. Ein Winzerhemd, das ist was ganz Klassisches hier in der Region. Da erkennt ihr auch die Hardcore-Fans vom Wurstmarkt. Und die Jenny erkennt ihr immer am Grabschautomaten. Die hatten aber auch letztes Jahr, oder schon vor ein paar Jahren, aber letztes Jahr haben wir den zum ersten Mal gesehen, einen eingeführt, der richtig große Figuren hat. Der war auch gegenüber beim letzten Automaten. Ah, den mag ich nicht. Und es gibt diesen Grabscher, wo du dieses Schlüsselloch treffen musst, auf dem richtigen Winkel. Kennen die meisten wahrscheinlich aus Asien oder aus den Staaten diese crazy Videos, wenn da richtig crazy Gewinne rausgezogen werden, wie teure Jordans oder sowas, oder auch ein Ballengold. Das gibt es auch auf dieser Kerle, würde ich sagen, auf dem Wurstmarkt. Ja, also grundsätzlich, ich mag den Wurstmarkt. Eigentlich ist es auch Pflicht, mindestens einmal hinzugehen. Oftmals, muss ich dazu sagen, waren wir zu der Zeit im Urlaub, dass wir gar nicht hingehen konnten. Oftmals war das schon der Fall. Aber ich sage mal so, wir waren, glaube ich, 2019 das letzte Mal abends auf dem Wurstmarkt, samstags abends. Und da habe ich mir auch geschworen, dass ich nie wieder abends am Wochenende da hingehe, weil es war schon immer voll. Aber das war einfach zu voll und zu übertrieben. Also man wurde durch diese Fressgasse einfach nur noch durchgeschoben. Also wir wollten essen, wir hatten gar keine Chance, an so einen Essensstand zu kommen. Ich weiß noch, die Jessi und ich, wir haben uns dann irgendwo außerhalb angestellt, für einen Crêpe zu essen. Da standen wir sage und schreibe 30 Minuten an, um einen Crêpe zu bekommen. Also wir waren gewillt, Geld auszugeben und da etwas zu essen und was zu trinken. Aber wir haben wirklich einfach nichts bekommen. Also wir konnten, das kann man sich gar nicht vorstellen, wir sind keinen Stand so weit vorgekommen, dass wir jetzt in Ruhe sagen konnten, hätten wir holen uns da was zu essen und essen das in Ruhe, weil ich bin auch jemand, im Gegensatz zum Dommergäu, ich kann mir nichts dazwischen reinschieben und ich habe nicht so große Bisse, so Riesenbisse wie Dommer. Also ich muss das dann in Ruhe langsam irgendwo in der Ecke essen, sonst vergeht mir das Essen. Und tatsächlich, wie gesagt, es war die Hölle und da habe ich mir wirklich geschworen, es lohnt sich nicht, weil du kannst weder ein Fahrgeschäft fahren, weil es so voll ist und alle rennen dann wie die Narren, um da einen Platz zu finden. Du kannst nichts essen, weil du an die Stände nicht kommst, geschweige denn was trinken. Also was will man dann da eigentlich machen? Also da habe ich mir wirklich geschworen, das war das letzte Mal, dass ich abends dahin bin und deswegen gehen wir auch wirklich immer montags morgens, so um elf und eigentlich immer am zweiten Montag, da ist nämlich auch dieses literarische Zeug nett, weil das war mir heute auch schon wieder zu viel Besoffener, was ja auch total normal ist. Wir kamen da so ungefähr um halb zwölf, zwölf hin. Die Leute waren schon um sechs Uhr morgens da, natürlich waren die Hacke dicht. Sturz besoffen, aggressiv, dumm gelaber, gepöbel, gerempel. Also man muss schon sagen, dieses und laut, ich kann es lauter nicht. Das aggressive hat man schon, es lag in der Luft. Du hast die Aggression gemerkt, du hast auch die Blicke gemerkt. Die Leute haben es auch nicht verstanden, wo ich dann den Harrison habe nicht streicheln lassen, dann haben die ganz dumm geguckt. So, dann denke ich mir, Alter, Bratte, ich gehe auch nicht zu dir hin und frage, ob ich dich streicheln darf. Warum gehst du davon aus, dass du auf jeden Fall den Harrison streicheln darfst? Oder warum geht jeder davon aus? Ob ich es zulasse, ist ja das eine, aber dann, ich kann da nicht 30, 40 Menschen drüber streicheln lassen. Ja, das ist auch nicht gut für den Harrison. Und dann wirst du dumm angeguckt und dann denke ich mir, Alter, der Domagoj in einem anderen Zustand, in einem anderen Alter, das hätte anders schon gefunkt, sage ich mal. Ja, vor allem, wir haben halt einfach vergessen, dass dieses literarische Ding ist und dann ganz ehrlich, ich gehe nicht davon aus, wenn Leute morgen zum Sechs zum Saufen kommen, dass die immer noch bis mittags um zwölf da sitzen und saufen. Also das ist schon eine heftige Hausnummer. Ich habe gedacht, also, ich habe es wie gesagt nicht gewusst, dass das heute war, weil sonst wäre ich gar nicht hin. Es war auch nur überfüllt an den Schubkärschlern, der Rest vom Markt war relativ in Anführungszeichen leer, also man konnte da in Ruhe durchlaufen. Dann auch immer diese dummen Kommentare von den Leuten, wie kann man das dem Hund auch tun? Entschuldigung, es ist helligster Tag, es ist Mittag. Dieser Markt ist eigentlich relativ leer an einem Mittag. Ich kann mit meinem Hund auch mittags in die Stadt gehen, mache ich auch. Warum kann ich dann mit meinem Hund nicht mittags da laufen gehen? Da sind auch keine Scherben auf dem Boden oder so, weil wie gesagt, es ist ja nicht nachts. Also, natürlich nehme ich meinen Hund mit, weil besser wie meinen Hund zu Hause zu lassen, so hat er Auslauf, so ist er mit dabei, weil für einen Hund, Leute, ein Hund, das will ich nur mal so sagen, ist ein Rudeltier. Und ja, ich verstehe schon, dass man arbeiten gehen muss und dass man acht Stunden arbeitet, vielleicht manchmal auch zehn den Hund alleine lässt, hat mein Vater auch schon immer gemacht, aber wenn ich in meiner Freizeit bin und dann auch noch den Hund zu Hause lasse, per System, dann bitte kauft einfach keinen Hund, weil der Hund ist einsam. Der will bei seiner Familie sein, der will beim Rudel sein. Dafür ist ein Hund gemacht, weil die Tierquäler da sind nicht wir, wo unseren Hund überall mit hinnehmen, dass er dabei ist, sondern es seid ihr, wo den Hund per System immer abschiebt und immer zu Hause lasst. Das will ich jetzt einfach nur mal so gesagt haben, weil das schmerzt dem Hund in der Seele, im Herz und nicht, dass der da mit auf einem Markt ist und wir haben ja die Straßen, wo voll war gemieden, oder ich würde meinen Hund auch tragen, habe ich kein Problem mit. Wir haben auch einen Kinderwagen für einen Hund, wo wir ihn reinsetzen für solche Situationen. Aber dieses Gelaber kann man sich echt sparen. Ja, die Leute, die meisten Leute wissen gar nicht, was ein Hund braucht, was ein Hund kann. Ja, das interessiert die auch nicht. Und die meisten, ganz ehrlich, wenn ich auch die Leute sehe, die hier in der Nachbarschaft so rumlaufen oder auch, du siehst ja, welcher Hund trainiert ist. Da ist auch irgendwie so ein Pärchen hier oben irgendwo. Sind die so alt wie wir, keine Ahnung, haben ein frisches Kind anscheinend bekommen. Aber haben zwei oder drei große Hunde, also so schon fast hüfthohe Hunde. Ich weiß nicht, wie die Rassen heißen. Sind die aber so Mischlinge irgendwie, du siehst, dass die nicht erzogen sind. Wenn du deinen Hund im Griff hast, kannst du ihn über mit hinnehmen. Ihr wisst gar nicht, wie auch so eine Jagdhundausbildung aussieht. Wenn die auf dem Trainingsgelände sind, was die auch teilweise für Lärm aushalten müssen, dass die konzentriert bleiben, dass die im Fokus sind, dass die einem auch abrufen kannst, den Hund, dass er auf jeden Fall zu dir kommt. Gibt es auch tolle Videos auf YouTube, habe ich gesehen. Das ist auch wichtig. Wie dann so ein Dobermann. Ein Dobermann ist sehr, sehr herrschenfixiert. Oder aufs Frauschen sehr, sehr fixiert. Ein Dobermann kannst du eigentlich schlecht jemand anderen überlassen, außer dir selbst. Und dann ist der halt eben abgehauen, ist in so ein anderes Rudel mit reingekommen, von Spaziergängern, das waren auch noch drei fremde Hunde. Ich schwöre es, ein Dobermann, der macht nicht langen Prozess normal. Wenn er angebildet wird oder merkt, da ist gerade eine Situation, holt sich der Dobermann die Hunde. Der Besitzer hat einfach nur hier gerufen und zack ist der Dobermann zurückgerannt, ohne noch jemanden zu belästigen oder irgendwas. Und das hat sauber funktioniert. Das ist, ja, also, ich schweife ihn ab. Ich schweife ihn mir gerne ab. Also so extrem ist der Harrison jetzt auch nicht erzogen. Also der hört, der hört auch auf hier, der kann auch ohne Leine laufen. Der weiß schon, was los ist. Aber was wir halt gemacht haben, ist, wir haben einen Harrison von klein auf überall mit hingenommen und toi, 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 der Harrison hat vor den Geräuschen eigentlich keine Angst. Ja, es gibt Hunde, die brauchen eine Ruhedecke. Das ist ein tolles System, was man installieren kann. Also jeder, der unseren Hund sieht, mit uns sagt, ach Gott ist der brav, den hört und sieht man gar nicht. Also egal wo, der war mit uns auf der Hochzeit, der geht mit uns ins Restaurant, boah, der geht mit uns überall hin und den hörst du wirklich schnell. Der setzt sich unter den Tisch und dann ist gut. Da hörst du von dem keinen Mucks, weil der das einfach gewohnt ist und der ist einfach für sich froh, dass er dabei sein kann. Gerade Korgis. Viele sagen immer, oh, Korgi. Ja, aber Korgis sind keine einfachen Hunde und es sind auch keine Anfängerhunde. Und ein Korgi ist vor allem ein Hund, der möchte mit beim Rudel sein. Es ist ein Familienhund, der will mit dabei sein. Und du kannst für einen Korgi nichts Schlimmeres machen, wie den ständig alleine zu lassen. Natürlich bleibt der Harrison auch mal vier, fünf Stunden allein. Der kann auch acht Stunden alleine bleiben. Darum geht es gar nicht. Wenn es sein muss, kann er das. Aber wenn es nicht sein muss, dann machen wir es auch nicht, weil dafür habe ich mir keinen Hund gekauft. Fakt. Ich meine, klar, wenn wir jetzt abends auf den Wurstmarkt gehen würden, ist ja wohl logisch, dass wir den nicht mitnehmen würden. Klar, da würde der auch zu Hause bleiben. Ja, also wir hatten ja auch unsere Veranstaltung bei Dürkheim, wo wir den dann zu deiner Mama bringen, wo da wirklich schon eine Veranstaltung den ganzen Tag geht, plus die After Hour hinterher, was macht man da noch mit den Teamleuten und so weiter und so fort. Darum geht es ja einfach nicht. Aber die Leute auch so, ey komm, wer hat dich jetzt gefragt, wer hat dich gefragt, ob das für den Hund zuzumuten ist oder unzumutbar ist. Halt doch deinen Mund und lauf weiter. Wie gesagt, die Leute sind mega aggressiv. Wir haben es ja eigentlich ständig auch in unserem Sing-Sang, Leute geben ihre Meinung wieder und da, obwohl sie nicht gefragt sind. Ganz ehrlich, wenn du was bewegen willst, mal dir ein Schild und stell dich vom Bundestag oder vom Landtag, was weiß ich nicht, in Mainz, gehst du ins Regierungsviertel, da kannst du protestieren, da gehst du bei dir in der Stadt, sorry fürs Wort, da muss man rauspiepsen, das auch noch, ja, da kannst du halt eben für deine Rechte einstehen, aber nicht, wenn wir auf dem Wurstmarkt sind und denkst, dass du Recht hast oder sowas. Ne, ich sag mal so, ich generell mag das auch nicht, ich mochte das noch nie, ich bin relativ klein und wenn die ganzen Besoffenen sind mit ihren Vordelscholleglätern und kippen dir das Zeug über und man stinkt einfach wie so ein Schnapsautomat, also das ist auch so eine Sache, die mich schon immer genervt hat. Also ich mag das generell schon, aber ich mag das wie gesagt am Tag und am liebsten um eine Uhrzeit, wo nicht so viel los ist, weil das Gedränge und das Geschubse kann ich halt auch überhaupt nicht ausstehen, ansonsten liebe ich wirklich sowas. Es ist auch Montagabend da immer Feuerwerk, ne, also da ist natürlich dann auch nochmal viel los, aber das ist auch schön anzuschauen, vor allem ist es auch schön anzuschauen vom Berg aus, ne, also man muss gar nicht auf den Wurstmarkt, sondern sucht sich am Wingert irgendwo eine Stelle, wo man hinfahren kann mit dem Auto, das habe ich immer oft mit meinem Vater gemacht, weil bei uns war es so, wo ich klein war, bin ich auf jeden Fall immer mindestens einen Samstag mit meiner Mama abends auf den Wurstmarkt, also mindestens einen Samstag, wenn jetzt sogar zwei, oder Freitag, je nachdem Freitag oder Samstag, meistens sogar an beiden Wochenenden. Ich war auf jeden Fall immer dienstags mit meiner Oma, weil früher war der Wurstmarkt tatsächlich dienstags noch offen, ich weiß gar nicht, ob das noch so ist, da müsste man mal gucken. und mit meinem Vater war ich auf jeden Fall immer mindestens einen Montag zum Feuerwerk, hat er mich mitgenommen und da haben wir auch oftmals vielleicht vom Berg aus Feuerwerk geguckt. Also den Wurstmarkt habe ich kennengelernt, als ich quasi hier nach Aslheim-Grünstein gekommen bin, vorher immer nur gehört, aber also ich habe mir nicht die Mühe gemacht, her zu gucken. Klar, wir haben auch ganz andere Feste dort gefeiert, da war auch schon der Carlos mit dabei und wir hatten da echt schon echt die Kuh fliegen lassen, aber ganz ehrlich, das, was ich da so heute so mitbekommen habe, wieder, wie gesagt, um 11 Uhr, Leute, Kontrollverlust. Sind wir am Ballermann, am Ballermann ist es ja auch nicht korrekt so. Also der erste Blick war schon, wir kamen rein, da saß einer mit seinem Kopf auf dem Boden. Also der saß auf der Bank, aber hatte, der war echt gelenkisch, hatte seinen Kopf auf dem Boden hängen, so besoffen war der. Ja, meine Bandscheibe hätte das nicht mitgemacht. Einer will auf sein Fahrrad steigen, schlägt dabei sich selber seine schnelle Brille ab, diese komischen Skibrillen, schlägt sich dabei selber die Brille ab, hat voll den Seitenwind, ich stehe, wo war ich mit der Ilse gestanden? Ah, beim Jupiter, wo er im Riesenrad war, kam einer gelaufen von dieser Schnee, von der Süßigkeitengasse, Alter, hat der Seitenwind gehabt. Steht dann kurz da, keine Ahnung, vielleicht hat er einen Genie gesehen, ich weiß es nicht, und dann läuft er zur Pizzeria, holt sich dort ein Stück Pizza, so wie David Hasselhoff, wo er seinen Burger gegessen hat, so auf die Art isst er seine Pizza. Ich denke mir nur, Kinas, ist es das, was ihr euch wünscht? Nochmal, ich habe nichts gegen, du kannst Alkohol trinken, du kannst ein Bierchen trinken, du kannst eine Schorle trinken, ich bin hier in der Palz, wir haben ja, direkt wo wir wohnen, haben wir Winger um uns herum, früher selber ja gerne mal auf dem Weinfest gewesen und sowas, immer durchgetrunken, aber ist es das, Alter, ich will nicht wissen, ob die sich selber noch in die Hosen geschissen haben oder eingestuhlt haben, ganz ehrlich, die verlieren ja komplett jede Möglichkeit, den Körper zu kontrollieren. Ich sage mal so, früher war man genauso, so ist es jetzt auch nicht, aber irgendwann denke ich mir, ist doch, also irgendwann ist doch mal gut, also irgendwann ist doch diese Zeit vorbei, also ich meine, ich habe viel gefeiert, ich habe früh gefeiert, bin schon mit 14 weggegangen und glaube ich bis 35, wirklich jedes Wochenende, okay, ab 30 war es nicht mehr jedes Wochenende, aber sowas wie Wurstmarkt auf jeden Fall weg gewesen und auch getrunken und ich habe auch gerne eine über den Durst getrunken, ich habe auch oftmals, oftmals nicht, aber hin und wieder einfach zu viel getrunken, dass ich halt auch nicht mehr gerade laufen konnte, das gebe ich auch gut und gerne zu, aber irgendwann ist doch so ein Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt ist gut, also ich meine, man kann ja auch trinken, aber muss man echt als, keine Ahnung, erwachsener, alter Mensch so viel saufen, dass man am helligsten Tag nichts mehr weiß, also das ist schon grob. Aber gut, jeder wie er will, um Gottes Willen, also für mich ist es nichts, wir gehen da definitiv nicht mehr hin, wenn dieser literarische Frühschoppen ist, also wenn dann wirklich nur am Sonntagmittag, am liebsten Montagmittag wo wirklich morgens um elf, wo nicht viel los ist, ist einfach am angenehmsten mit Hund und Opa und überhaupt und man kann da in Ruhe durchlaufen, ohne dumm angequatscht zu werden, man kann in Ruhe essen, man kann in Ruhe sich hinsetzen, trinken, das ist angenehm. Ja, es soll ja auch nicht so negativ behaftet sein, wie wir das jetzt darstellen, für viele ist es eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, ein ganz, ganz tolles Weinfest. Wobei ich sagen muss, die Preise sind schon krass. Ja, aber wie gesagt, wenn es Berichte gibt, wo die Leute das dann aufsparen, sich dann den Euro sparen, das ganze Jahr, dann wird in den Urlaub gehen. Also ich sage mal so, wir gehen halt tatsächlich ganz, ganz wenig weg, muss ich sagen, und auch was Feste angeht, auch wenn ich das mag, ist das einzigste Fest, wo wir die letzten Jahre hingegangen sind, tatsächlich der Wurstmarkt und das wirklich am Montagmittag oder morgen um 11 Uhr und teilweise waren wir auch gar nicht da, teilweise war es ja auch gar nichts wegen Corona. Aber, also das ist wirklich das einzigste Fest, wo wir noch hingehen, also weder auf ein Weinfest noch auf irgendeinen anderen Jahrmarkt. Deswegen sage ich mir, wenn wir da hingehen, dann sage ich mir, gucke ich jetzt auch nicht auf jeden Euro. Ich meine, es gibt Dinge wie jetzt zum Beispiel die Schokobanane, da hört es dann auch wirklich auf. Aber ansonsten habe ich jetzt halt für den Dommer die Currywurst für 9 Euro geholt und habe die Bratwurst für 5 Euro gegessen, ist dann halt mal so. Aber, wie gesagt, also wenn da jemand mehrere Tage hingeht und mit Kindern, dann stelle ich mir das echt schon schwierig vor. Ja, da muss jeder für sich selber die Konsequenzen ziehen, ob es das einem wert ist oder nicht. Ich gönne es den Winzern, ich gönne es den Schaustellern, ich gönne es den Würstchenbuden, Pommesbuden und alle Leute, Aber was heißt, man gönnt es den? Die machen die Preise ja nicht, weil sie dann mega viel dran verdienen. Die müssen die Preise machen, dass sie überhaupt was verdienen. Ja, jeder soll sein Geschäft betreiben, gutes Willen, ja, ist ja alles schön und recht, aber wie gesagt, jeder muss dann für sich selber die Konsequenzen kalkulieren. Ich habe direkt schon auf dem Fest gesagt, ey, ich muss hier nicht mehr hin. Ich werde mich hier auch nicht satt essen, weil, keine Ahnung, da bist du, wo wird ich eure los? So, dann ärgere ich mich einfach nur wieder, weil, ja, wie gesagt, wie viel will man da ausgeben? und es ist ja auch nicht immer die beste Qualität. Nee. Also, die eine Waffel, das, ich weiß nicht, ich weiß nicht, in was für einem Fett, die gebacken wurde, das war, was sind die größte Waffel? Drei Euro. Mit Puderzucker, drei Euro Puderzucker, so, das, was es dort im Kindergarten an so einem Tag der offenen Tür gibt für, für 50 Cent oder einen Euro, äh, verkaufen die geschmackslos oder, äh, ungenießbar für drei Euro, so. Naja, also, bewertet euch das Ganze selbst, ja, das ist unser. Äh, na, geht noch, äh, na, geht noch, nein, furchtbar, ganz kurz, geht noch, äh, geht noch, und zwar, äh, eine Gruppe Teenager, äh, äh, schräg gegenüber, als wir zum Essen uns hingehockt haben, die haben dieses Pyrotechnik gesungen, Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen, Gefühle, freien Lauf, singt das bitte nicht. Das, das zeigt einfach nur, Alter, ich hab mich so, fremdgeschehen, es kommt grad wieder hoch, das Feeling, ne, als ich das gehört hab. Der Junge, der das gemacht hat, bitte, ja, ich küsse dein Auge, du hast voll Erfolg, du hast dein Geld gemacht, bin ich wahrscheinlich aus der Platte raus, ja, bitteschön, alles gut, ne, aber er hat, das mitzusingen, Alter, also ganz ehrlich, geht zum Wurstmarkt, guckt's euch an, bringt ein bisschen gute Laune in die Region, bewertet das Ganze, trinkt ne Schorle, trinkt ne Weißwein, trinkt ne Cola, wie auch immer, bleibt mir gesund, bleibt mir stabil, bis zur nächsten Episode. Einer geht noch. Einer geht noch neu.